Applaus Jetzt mach ich mal meinen Gehörschutz wieder rein, damit ich nichts hören kann. So, die Ufos, hört ihr die auch? Ja! Was zum Geier! Die Monster sind da! Die Monster sind da! Ja! Mach doch! Vielleicht soll der Rator sein Mikrofon ausmachen. Hat er schon gemacht? Hat er schon gemacht? Jetzt hör ich gar nichts mehr. Doch! So einfach kann manchmal das nicht sein. Ja, wir haben halt eine Platte aufgenommen, ja das Leben passiert und in den letzten zwei Jahren ist in der Tat sehr viel daraus passiert. Wir haben vor drei Jahren mal hier auf dieser Bühne gespielt. Da waren wir ziemlich klein und unerfahren und die Musik klang auch noch nicht so wie heute. Und ja, auf dem Album sind glaube ich alle Erfahrungen so zusammengefasst, die wir in den letzten drei Jahren auch schon gesammelt haben. Und der letzte Song auf dem Album heißt Romeo und Julia und der klickt so. Das war's! Und das war's! Radio in meinem Kopf und anders, wo ich geh oft in ein Kino, seit jeher sagt, so geh mir hoch, und dass sie ihn liebt, und dass sie ihn liebt. Ich nie bin weg, sonst bin K.O. in meinem Kopf, Silencio. Ich tanz heut Nacht zu Selfie, nur durch Frühjahrnacht, auch ich sie so. Ins Tereo, Ins Tereo. Im Kopf Im Kopf Am nächsten Mal, wie Fabio, in meinem Kopf und anders, wo ich bin, auf dem Eindruck nur seit jeher sein, zu dem ich, oh, dass sie in mir liebt, dass sie in mir liebt. Dass sie in mir liebt, dass sie in mir liebt, dass sie in mir liebt. Vielen Dank! Merci beaucoup! Mille grazie! Dziękuję! Alles gut! Tschüss! Applaus Danke! 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 Danke!